um lieben da meine Herren zu einem neuen Part von Pixel Heroes und ich glaub ich weiß nicht ich hoffe das ist in der Aufnahme drin weil äh das spinnt gerade ein bisschen hab ich das Gefühl da kommt man nicht auf den Krebs jetzt ist es wieder normal aber das hat die ganze Zeit gespürt ich mag einfach nicht mehr also Augenkrebs so ja ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt weil ja das einfach das ist so schwer und da habe ich einfach mal ein bisschen gelevelt das müsst ihr jetzt eh sehen und ich habe jetzt die Ochs ausgerüstet da ich mit dieser da das machen kann heilung und ich habe mir dahinter gefaunt der ist nämlich cool der hat 43 Angriff das ist womit mein stärkster der kann auch heilen das ist cool ich habe jetzt gemerkt ja wegen Gewinnspiel die Gewinnspielaufgänge die Gewinner also einer der Gewinner ist Pizzaman das ist der Gewinner des Playstation Spiels die Computerspiele werde ich morgen auflösen also werde ich Gewinner des Computerspiels lieber Pizzaman oder Pizzamania also ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf tut mir leid bitte melde bei mir oder beim Finnlook weil ich habe gesehen du bist der Zuschauer von Finnlook ja und dann kannst du entweder bei ihm melden das also bitte melde einfach ok bitte danke und ich weiß nicht ob es ein paar von euch gesehen hat also ein paar von euch wissen ich versuche mich gerade ein sehr bekannt sehr qualitativ hochwertiges Spiel zu wiederbeleben retten und zwar das Spiel Keyword 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 ist ein Pixel Pixel RPG oder MMORPG bin ich mir jetzt gar nicht sicher ja, Gronkh muss also schaut einfach von Gronkh vorbei Pixel äh bei Keyword bei der Hotelsplay mit mhm mit mhm mit mhm Rumpel und mit mhm Sarri also mit mhm Sarri also mit mhm Sarri ja das Spiel ist wirklich gut und aus irgendeinem Grund ist online offline Nummer 1 weil der Dings verschwunden ist weil da äh Entwickler irgendwie verschwunden ist ich verstehe es selber nicht ganz und der Boss ist echt scheiße weil der das ist mit mhm der 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir haben es geschafft! Oh, der ist so schwach, das Wichskind Okay, das ist echt hart Okay, da ist das Einzige, was gerade nicht wirklich spinn, jetzt sind auch Spinsen nicht wirklich Ja, da kann ich mir zeigen, was ich schon so für Schutzgeister habe Oder welche ich schon alle gehabt habe Ja, der Pinguin, ich finde ihn so cool Aber der ist richtig schwach Es geht so, oder es geht so fucking viel Da, der ist rot Also, der ist Oder pink, äh, mir ist halt episch oder heldenhaft sein wahrscheinlich Fertigen Und so, der ist so schlimm Und so, der ist so schlimm Und so, der ist so schlimm ich würde ihn unbedingt upgraden ich hätte auch so viel Söten besuchen was ist das? kann man denn upgraden? ich bin da ja ich bin da ja ich bin da ja was 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 ich kann was umbauen das habe ich noch gar nicht gehabt na ja das schaut aus wie Schoffeln heute wie cool ja das ist eigentlich das einzige wo mit dem ich angefangen habe gestartet habe erstens wegen dem verpackten und zweitens werde ich sagen mit Pizzamania du hast gewonnen ähm ja bitte melde bei mir in der nächsten Woche sonst gibt sonst geht das an sonst wird das alles nochmal neu ausgewählt dann wird wahrscheinlich das Gewinnspiel beendet weil sich sonst keiner für das PS4 spiel gemeldet hat und ja die Computerspiele werden morgen gemacht ja und da ja immer sagen und schön docken und das war jetzt ne kleine Aufnahme Ciao